Helene Fischer, vom Schlagerstar zur Werbeikone. Helene Fischer ist nicht nur eine der bekanntesten Sängerinnen Deutschlands, sondern auch eine gefragte Persönlichkeit in der Werbewelt. Ihre Zusammenarbeit mit verschiedenen Unternehmen hat sowohl Begeisterung als auch Kontroversen hervorgerufen. Die Lidl-Kampagne mit Helene Fischer, ein Werbespot mit Überraschungen. Helene Fischers Partnerschaft mit dem Lebensmittel-Discounter Lidl war sicherlich eine ihrer bemerkenswertesten Werbekampagnen. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums von Lidl wurde ein Werbespot gedreht, in dem die Sängerin beim Einkaufen in einer Filiale des Disco-Unters zu sehen ist. Der Dreh fand unter höchster Geheimhaltungsstufe in Neuburg an der Donaustadt. Doch trotz der Geheimhaltung und der Beteiligung eines Superstars wie Helene Fischer war die Kampagne nicht frei von Kontroversen. Kontroverse Reaktionen auf die Lidl-Werbung Die Lidl-Kampagne löste im Internet einen Shitstorm aus, wobei viele Fans ihre Enttäuschung über die Zusammenarbeit der Sängerin mit dem Discounter zum Ausdruck brachten. Einige kritisierten, dass sie ihre Prominenz nutzte, um für einen Discounter zu werben. Trotz der Kritik bleibt die Zusammenarbeit zwischen Helene Fischer und Lidl ein markantes Beispiel für die Werbeaktivitäten der Sängerin. Es zeigt, dass sie nicht nur eine erfolgreiche Sängerin, sondern auch eine gefragte Werbeikone ist. Weitere Werbepartnerschaften von Helene Fischer Weitere Werbedeals von Helene Fischer umfassten Unternehmen wie Megle, Garnier und Chibo. Sie hat auch für Volkswagen geworben und ihre eigene Parfümlinie bei Douglas vorgestellt. Insgesamt zeigt sich, dass Helene Fischer nicht nur auf der Bühne, sondern auch in der Werbewelt eine gefragte Persönlichkeit ist. Trotz der Kontroversen, die einige ihrer Werbekampagnen ausgelöst haben, bleibt sie eine der erfolgreichsten und bekanntesten Sängerinnen Deutschlands.